Und da ist auch schon das Weibchen. Ich habe jetzt eigentlich erst das Mönnchen aufgenommen. Das ist der Phönix aus der Loppschwanz. Wir haben den 19.03.2023. Ich habe vorhin noch einmal gesagt, dass ich den Flammenschalen bin. Ich habe es mir aufgefallen. Ich habe es auch so oft gesagt. Jetzt noch zwei Möbel. Die ganze Zeit haben die weissen Hände und den schwarzen Haufen. Das sehen wir mit dem Phönix. So geht es dann weiter. Nicht die ganze Zeit. Wenn ich dort bin, die Vögel, dann mache ich etwas Schnelles mit ihm. 19.03.2023. Maschinen. DannBRK. Es ist ein großer Knopf. Ich bin die ganze Zeit.